Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Also heute spielen wir mal Rage Color. Wenn ihr es noch nicht kennt, werde ich es in die Kommentare verlinken und in der Beschreibung auch. Dann könnt ihr das auch spielen. Aber wenn ich es vergessen muss, dann in die Kommentare schreiben. Äh, Sina, du hast es vergessen. Und ja, weil ich es fast oft vergesse. Aber sehr selten ist jetzt die Geringerischkeit, dass ich vergesse. Also ich habe es mir überall aufgeschrieben in meinem Zimmer. Auf Blatt, auf die Tafel, obwohl ich überhaupt keine habe. Egal. Auf alles. Ja. Alle Blätter, wo man was schreiben kann. Ja. Und ja, wenn ich mehr Robux kriege, werde ich auch so ein Video machen, wo ich, ähm, wie heißt es, aber das mache. Also, das habe ich mir vorgeschlagen, in dem ich trotzdem mal versucht habe, so ein Video zu machen. Habe ich es vorgeschlagen und ja, da habe ich die Videos gelöscht, weil die blöd waren und direkt neue gemacht. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt für, ähm, Avatar zum Beispiel. Also, meinst du, da habe ich jetzt schon, äh, Enid oder Tyler oder andere Serien oder einfach ein Online-Data-Outfit. Ist das nicht cool? Rot, rot, rot. Na, ran, ran, ran. Oh, hier, rot. Ja, alle fallen jetzt bestimmt runter. Was? Da gab es noch ein rot. Leute, ich bin wirklich, ich bin wirklich doof. Wenn ich es so weitermache, werde ich es niemals schaffen. Auf jeden Fall, auch wenn ich es so weitermache, werde ich es niemals schaffen. Und das ist das erste Mal, dass ich spiele. Wow, die macht es wirklich gut. Ich glaube, sie ist schon ein Po. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich es spiele. Aber, ich habe es bei Kan und Daniel gesehen. Die hatten so, die mussten einfach nur geradeaus, nur ohne diese Löcher. Die hatten einfach nur Vierecke die ganze Zeit. Warum ist das bei uns nicht so? Egal. Und ja, wenn ihr das Spiel jetzt spielen wollt, dann stoppt mal kurz das Video und geht in die Kommentare oder in die Beschreibung, wo ich das Spiel verlinke. Spielt, Spielt. Ich bin wirklich dumm. Warum geben die mir die ganze Zeit Angebote? Ich habe kein Money. Versteht ihr das nicht? I have tons of money. I have no one money. Äh, doch. Eigentlich drei Robux. Findet ihr mein Meta-Outfit cool? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt es in die Kommentare, was ihr für Videos machen sollt. Ich habe mir gerade ein Video angefangen. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet, wie heißt das? Fragen und Antworten-Videos. Ihr stellt Fragen in die Kommentare und ich werde die dann alle in einem Video beantworten. Also, ja. Zum Beispiel, wann zeigst du dein Gesicht? Zeigst du dich? Flair, nein. Flair, das ist zu persönlich. Aber ihr könnt fragen, ob Sina mein echter Name ist. Vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Und hier Sachen. Habe ich ein Haustier? Habe ich kein Haustier? Doch, ihr wisst, dass ich ein Haustier habe. Zwei Katzen. Das habt ihr ja im Video gesehen. Im Videos. Ich habe mehr Videos über die Katzen gemacht. Und, ah, ich weiß, dass hier in Frage. Wie heißen deine beide Katzen? Oh mein Gott, mein Akku ist leer. Ich tue mein Handy kurz in den Akku. Wartet. Oh mein Gott, ich habe die Runde verpasst. Nein. Leute, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und wenn ihr mehr solche Videos in Zukunft sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.